Er war Stürmer, hat Teure gemacht und hat bei Milan gespielt. Ich war da noch Tor-Mann und musste die Bälle von meinem Bruder fangen. Habe ich gespielt auswärts oder was da? Sorry, ich weiß es schon. Meine erste Erinnerung an Fußball war im 14. Bezirk im Park, wo mich mein Papa hingebracht hat mit meinem älteren Bruder. Und ja, es war da noch Tor-Mann und musste die Bälle von meinem Bruder fangen. Mein erstes Fußball-Idol war Andriy Shevchenko. Er war Stürmer, hat Teure gemacht und hat bei Milan gespielt. Mein erster Fußball, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, aber ich glaube, es war irgendwas mit 2002 WM-Ball. Ja, kommt hin. Mein erstes Fußball-Trikot? Haben Sie überlegen. Wahrscheinlich hat mir mein Papa ein Trikot von unserem Heimatverein Samson Sport gekauft. Sicher das. Am ersten Tag in den Staaten war so, dass sie mich ins NBA-Stadion gebracht haben. Von Orlando Magic und da haben wir uns ein Spiel angeschaut. Und war auch sehr jung, waren in der Türkei die Großeltern besuchen. Und da hat mich unser Papa ins Samson Sport-Stadion gebracht. Ich kann mich da noch erinnern, war ein gutes Spiel und war mein erstes. Ich war noch sehr klein. Musiker. Ich kann sagen, Bushido. Erstes Lied. Ich habe eins gehabt, das konnte ich auswendig, aber ich kann mich an den Namen nicht nehmen. Irgendwas war mit Löwe. Löwe war, glaube ich, was. Das hat mein Bruder immer gehört. Und Domain hat sich seinem älteren Bruder immer inspirieren lassen. Juan gegen die Young Wilders. Das war in meiner ersten Saison bei... 2019? Zwei... 19? Ist schon? 19 gegen die Young Wilders habe ich zwei Tore gemacht. Gegen die Young Wilders habe ich zwei Tore gemacht. Kopfball-Mirchmitte, ja. War ein Mazda. 75 Pels habe ich mir das erste Mal gekauft, wie ich den Führerschein gemacht habe. Habe ich meiner Mama gegeben. Habe ich gespielt auswärts oder was dahin? Sorry, ich weiß schon. War gegen Dänemark. Zuhause im Ernst-Happel-Stadion. Dieses erste Mal freue ich mich, wenn ich, glaube ich, in der Champions League treffe. Aber in welcher habe ich nicht gesagt. Ja, das wars für mich gar nicht so, ich weiß schon. Ich weiß nicht, dass ich mir anders bin. Ja, ich weiß nicht, dass ich nicht so glaube ich. Wir sind also sogar in der ersten Saison. Bis zum nächsten Mal.